Sie ist die Überraschungsgewinnerin der Bundestagswahl im Kreis Lippe. Kerstin Vieregge von der CDU. Zum ersten Mal seit 34 Jahren hat ihre Partei den Wahlkreis Lippe I für sich entschieden. Sie zieht jetzt in den Bundestag ein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu ihrer Lokalzeit. Auch hier in OWL verloren die beiden großen Parteien, CDU und SPD, viele Stimmen. Die FDP und die AfD legten dagegen deutlich zu. Es gab viele lange Gesichter gestern, aber auch immer mal wieder Jubel. Hier ein kurzes Stimmungsbild. Sie haben es eben gehört, in Herford kommt CDU-Mann Tim Ostermann. Nicht über ein Direktmandat in den Bundestag. Erststimmensieger ist dort Stefan Schwarze von der SPD. Der Blick auf die Zweitstimmen zeigt, trotzdem liegt die CDU dort vorn. Die FDP ist drittstärkste Kraft und die AfD ist dort ebenfalls zweistellig. Uns interessiert heute natürlich auch, wie das Wahlergebnis bei den Menschen hier in der Region ankommt. Wir haben heute deshalb bei denen nachgefragt, die sonst oft nicht so oft zu Wort kommen. Bei den Besuchern des Herfordermittagstischs. Auf jeden Fall deutlich was geändert hat sich im Kreis Lippe. Ich habe es eben gesagt, überraschend ist dort Kerstin Vierge für die CDU ein historischer Sieg gelungen. Eigentlich ist es eine klassische SPD-Hochburg. Wir erinnern uns, der Kreis ist die Heimat bekannter deutscher SPD-Politiker wie Gerhard Schröder oder auch Frank-Walter Steinmeier. Im Kreis Lippe haben viele dieses Mal anders gewählt als alle Jahrzehnte davor. Das Leitungswasser am Campus der Fachhochschule hier in Bielefeld enthält offenbar vermehrt Keime. Das wurde bei einer jährlichen Überprüfung der Leitungen festgestellt. Als erste Vorsicht zur Nachnahme soll kaltes Wasser aus der Leitung nicht mehr getrunken werden. Nach Angaben der Fachhochschule wird jetzt das Leitungsnetz untersucht, um die Ursache für die Keime zu finden. Die Wähler in Bad Oeynhausen in Augustdorf und in Reda-Wiedenbrück haben gestern drei Kreuze machen müssen. Sie konnten auf separaten Wahlzetteln bei Bürgerentscheiden über lokale Projekte entscheiden. In Bad Oeynhausen stimmte die Mehrheit der Bürger für den Bau einer zentralen Trinkwasser-Enthärtungsanlage. In Reda-Wiedenbrück wird eine Gemeinschaftsgrundschule erhalten und nicht geschlossen. Und über die Sanierung eines seit Jahren geschlossenen Freibades stimmten die Augustdorfer gestern in ihrem Bürgerentscheid ab. Während Christian noch einen Weg sucht, um wieder nach Hause nach Bielefeld zu kommen, bleiben wir noch kurz in Herford und beim Thema Musik. Denn wir sind bei unseren Veranstaltungstipps und Terminen. So und jetzt dürfen wir vorstellen, das hier ist der neue Star im Herforder Tierpark. Ein schneeweißes Bennet-Känguru, das einjährige Weibchen. Auch nicht alle Tage sieht man so ein Kreuzchen hier, das ist ein Steinkauz. Den hat unser Zuschauer Theo Kirchhoff mitten auf einer grünen Wiese entdeckt. Und wenn Sie mal genau hinschauen an den hellen Augen, kann man erkennen, dass die Eule dämmerungs- und tagaktiv ist. Deshalb kann man sie eben auch manchmal am helligsten Tag draußen entdecken. Der Steinkauz frisst gerne Mäuse, aber auch Frösche, Insekten oder Regenwürmer. Die dürfte es in den nächsten Tagen noch genug geben, denn es wird immer mal wieder nass. Hier kommen die Wetteraussichten. Wenn es immer herbstlicher, unbeständiger und zum Teil auch windiger bei uns wird, dann ist der Herbst tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Dann dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr lang, bis die Blätter überall auf dem Boden liegen. Naja, warten wir mal ab. Das war es von uns für heute. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuschauen. Wenn Sie mehr über uns sehen wollen, finden Sie uns online unter lokalzeitowl.wdr.de. Es lohnt sich auch immer mal auf unserer Facebook-Seite vorbeizuschauen. Auch da haben wir regelmäßig neue Geschichten aus Ostwestfalen-Lippe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.